Das ist kein, das ist kein Gewehr, das ist ein Revolver übrigens, was der hat. Ah ja. Automatisches Geschirr. Lieber mal so ein Piep Matap, du. Tresor. Aufzugsschiene. Oh ey, das gibt's doch nicht. Wo ist denn, wo sollte dieser scheiß Sprit sein? Frag doch mal von sie, der Reiss ist hundertprozentig. Ultra. Aber ich bin doch schon fast am Ende hier unten. Amor. Time. Kristallliquid, soll das das sind, ey? Leder und Öl in den Schmelzofen, jetzt weiß das. Aus Leder und Öl. Frag mal, wo ich Öl herkriege, noch mehr. Aus dem Wasser meistens. Öl? Ne, da gibt's doch hier irgendwas, äh. Es gibt auch, äh, aber sie sind glaub ich meistens im Nebio. Länen Krebsen da, da kriegst du Öl raus. Morgen doch selber, schreib ihn doch selber an. Du bist doch eh immer dabei. Ja, ich denke sich ab jetzt hier. Bloß mit dem rumzueiern. Macht bloß Blödsinn, wenn der hier ist. Was du machst, bloß Blödsinn, wenn der hier ist. Der macht Blödsinn. Achso. Der macht Blödsinn. Zieh mich aufpassen hier, nächster Meer her. Kascht hier mit dem Vogel und dann irgendwo abschmeißt. Das hat er schon mal gemacht, der Dreckhund. Der Dreckhund. Ey, hau ab! Raus hier! Pst! Pst! Mal die Türen zu machen. Mal die Türen zu machen, wenn von sie hier rumrennt. Ach, da oben steht's, ja. Tschüss, Franzi. So. Der ist hier, Dante, hier. Komm mit. Ah, mehr hab ich nicht. Ich weiß doch wo er ist, sie sehen doch. Gibt's hier ne Ingame Voice? Naja. Naja, wenn's nicht V ist, dann weiß ich's auch nicht. Kann der Vogel mich angreifen? Ich hoffe nicht. Hallo Vögelchen! 100... 363! Leck mich am Arsch. Irgendwann haben die noch was mit 800 und ein Level. Cool. Ja, zum Beispiel 513. Ja, hab ich schon gesehen gerade. Ich habe Biber, ich habe Biber gefunden. Was zu mir, Dante? Ja. Komm, äh. Biber? Bin unterwegs. Ja, was los? Bin da, wer noch? Level 72 ist der Dante schon, Alter. Ja. Oh, nice. Danke, Franzi. Naja, wieder euer Don Consuela, oder wie heißt sie? Ist mir egal. Solange wie ich's nicht geholt hab, ist mir das wurscht. Welches Level bin ich denn? 66, ja. Ach. Ah, cool. Nice. Beee! Sparit. Ich habe Sparit. Wie bin ich? Muss ich das jetzt einfach bloß in den Fabrikator reinschmeißen? nein den sprit mensch das andere das andere ist schon im schmelzofen in den in den dings rein schmeißen in das andere dinge in den doch in den fabrikator wenn der mit sprit läuft er läuft mit strom ja ich kann ja aber mit dem fabrikator kann ich erst den strom generator bauen also wäre das ein bisschen sinnlos oder ach so das ist ja doof ja ne der macht im spiel schlauern vor die knurren doch geil ich will schraubschützen 80 und kompositbogen so warte mal erst wollte ich was ich wollte jetzt erst mal was anderes genau strukturen elektrisch strom generator brauche ich 10 electrics halt muss zurück bei verbraucher das große system nö ja der hilft mir immer mit das ist muss ich dir doch irgendwie auch hier anschalten dafür brauche ich erstmal narkopfeile und alles das machen wir dann später ähm wo kriege ich jetzt die komischen perlen eigentlich nochmal her scheiße die ziel muss man in der werkbank gucken da habe ich glaube ich welche reingebogen in der werkbank oh oh nein wir müssen die lo oder meinst du auf dem schiff hat jemand hat jemand name feile nein ähm der kommt ja her ja ja da setzt doch von sie drauf an mach schon mal meine tür auf hier ist ja schön ja jetzt hat er dann wird wir wollen dich eigentlich haben aber es egal oh ja jetzt lass es doch fallen oder was hier geht es doch noch ganz knusper ne nee dann das ganze time alter was level 50 hat ja ach so du meinst den vogel ja der hat 500 noch was hier ist ein argentavis level 100 wo rennt du nicht schon mal rum so wie raptor soll doch nachher argentavis gucken Achso, stimmt, ja. Wo ist denn der? Wo sind die von sich jetzt hin? Keine Ahnung. Da. Was will ich denn damit? Kann ich doch nicht anfangen damit? Ihr habt doch keine Waffen. Muss reichen. Alter, die übelsten Vögel hier ist ja krass, Alter. Was gibt's, Dante, da? Kann mit reiten, dann schießen. Kann mit dem Riffle dann schießen. Hier, wo bist du? Dante? Hier, hier, hier. Ähm. Hast du? Ach nee, warte. Du musst es rausschmeißen. Ja, ist gut. Zwei. Zwei hast du da bloß. Was? Naja, das reicht doch, die Pfeile für das NFI. Der lebt, der ist aber immer noch nicht betäubt. Ja. Lärts im Moment. Hast du noch einen Knüppel? Hau aufs Maul. Oder nimm die Fäuste. Na klar. Nimm die Fäuste. Au, na nicht mich. Reicht der Vogel an oder so? Ne, wer ist er? Ach, wie. Hilfe. Wenn der loskommt, Alter, bin ich fort. Der haut, ähm, der haut eher vor dir ab, als wie du vor Demi. Ja, vielleicht, wir brauchen vielleicht zum Thema. Ich hab noch was, ich hab noch, ich hab noch genug einstecken. Das ist gut. So, die Pfeile sind weg. Jetzt geht der Vogel natürlich auf den Dodo los, wa? Ja, dann stell doch auf neutral. Mach doch der Agro runter. So, jetzt hab ich dein Dodo mal auf Passiv gesetzt. So, und dann ab, geh mal weg. Dass du zur Brotte kommst, ey. So, hier, jetzt kannst du den Thelm. Warte mal, ich ruf den ja später ins Haus, damit er näher. So, Fleisch ist drin. Er kommt ja nicht durch die Tür. Der ist zu fett. Oh, na, vielen Dank, ey. Alter Mann. Warst du den Dodo gekillt, oder was? Nee, ich nicht, der ist ein scheiß Vogel. Achso. Wollt ja grad ins Haus locken. Was liegt denn hier eigentlich rum? Ach, Narko-Pfeile. Ja, Freunde, jetzt sehe zu, wie dir dein Mistfier hier klarkommt. Hat er doch schon. Schwebe, schwebe, schwebe. Wo fühlst du denn Einstellungen? Schwebe, die, schwebe, die, schwebe. Ach, Junge, Junge, Junge. Ach, nee, nicht abreißen. Ich ersetze dir den Dodo. Ja, ja, durch. Okay, mit einem Rex, Level 900 und dann auch noch Alpha, bitte. Boah, du Sau, ey. Ah, ihr macht Sachen. Also, mehr Wünsche hast du nicht, ja? Achso, ich wollte die... Ich wollte die Scheiß hier... Ach, Mann. Rex, Level 900 und Alpha. Ich krieg's doch nicht getamed, Alter. Durch was krieg ich jetzt diese Scheiß-Perlen? Ich weiß es nicht mehr, ich hab schon vergessen. Der Tod? Nee. Äh, äh, wie sind die denn? Marco-Bären, ich hab schon ja, oder? Ja, es wird meiner. Ist der Alpha eigentlich weg hier drüben, oder rennt der immer noch hier rum? Ja, rennt dort immer noch rum. Weil ich seh'n grad gar nicht mehr. Dann ist der wahrscheinlich schon weiter... Rucht sich hier. Naja, ist zwar nicht hoch, aber ist schon mal gut. Lol, nee. 500 Fleisch drinnen, Alter. Ja, was denn? Hallo? Der hat Hunger. Ach, bitte, die Cola. Ich brauch jetzt Silizium-Perlen und das immer noch. Wie Sau. Wo krieg ich die Scheiß-Dinger her? Ups. Ja, von diesen kleinen Krebsen, die am Strand rumlaufen. Soll ich dir das nochmal erzählen? Soll ich dir das schriftlich schicken? Ich seh' hier keine Krebsen. Da gibt's aber irgendwo welche. Ja, wo? Die ist da echt selten zu sehen. Verklopp dich. Ähm. Ist da hier nichts mehr? Nee, der Strand ist ziemlich leer. Die Piranha sind so ab. Ist auch ein Fleischfresser hier. Gibt man schon, ne? Oh, nee. Ach, das macht der, frisst der alleine. Stimmt. Ja, das frisst der alleine. Er muss alleine fressen. Ja, genau. Richtig. Sonst tämst du nicht. Richtig. Und sie, bitte nicht mehr füttern, danke. Ach, das mit den Krebsen ist doch kacke, ey. Kriegt man die Silizienperlen nicht irgendwo anders? Kann man die nicht irgendwo abbauen? Unter Wasser. Boden da zum Beispiel. Ach, der Alpha ist doch noch da. Scheiße. Da eigentlich auch. War wieder gesagt? Hörst du ruhig zu, ey. Nee, der war bloß weiter hinten. Ich hab ihn nicht gesehen, weil der weiter hinten war. Ach, ich hab keine Mumpeln mehr. Ach doch. Ich soll was tauschen. Eine Narko-Bäre. Ganz toll. Das ist eine Mega-Narko-Bäre. Hm. Autsch. Auch unter Wasser kann ich nicht schießen, schön. Muss alleine fressen, dann kann ich derweil noch mal ein paar Narko-Bären holen. Ich brauche sowieso irgendwann mal welche, wegen der Pfeiler noch. Oh, Entschuldigung. Na ja, passt schon. Na ja, guck der geht noch so. Denk dran, es kommt auf YouTube. Ja. Ich lade es dann hoch. Ja, ich kann es diesmal auch laden. Ich habe keine Musik rein. Ach stimmt, du kannst es ja auch gleich exportieren. Ich mache aber das trotzdem in 15 Minuten folgen. Ja, ich werde es auch zusammenschneiden. Ich werde es auch zurecht schnippeln. Du brauchst ja nicht schnippeln. Ich brauche es ja bloß ein Häkchen reinsetzen. Ja, siehste, ich muss es aber schnippeln. Aber die Arbeit mache ich mir auch noch. Ich finde hier nichts zum Abbauen, ey. Ach, das ist doch zum Kotzen mit den scheiß Perlen. Das ist richtig ätzend. Manche Sachen findet man so geniale, manche findet man wiederum gar nicht. Das ist echt blöd. Das ist aber die Map hier. Also normalerweise findest du die fast überall an den Stränden. Bist du noch da, Schatz? Oder? Ne, du fliegst noch rum. Nerv. So, wir haben es jetzt mittlerweile 18.02 Uhr. Ich würde sagen, wir machen dann erstmal eine Pause. In einer halben Stunde und dann geht es weiter. Mit? Forrest, ja. Boah, jetzt haut das Fion ab. Boah, vorbeigeschossen. Gut. Boah, ewig das Fion. Damit das hier... So, also wir sehen uns dann wieder. In ca. einer halben Stunde. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ja, bis dann. Ciao.